Hallo jetzt, willkommen zu einer neuen Folge von in CSGO. Oh mein Gott, herzlich willkommen. Oh mein Gott. Scheiße, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Es ist irgendwie CSGO, aber irgendwie auch nicht. So, obwohl ich noch nie CSGO gespielt habe, man kann es kaum glauben. Man hört es schon schießen. Das ist Muni-Verschwendung, yo. Yo. Ist diese Munition versprunglich? Stefan, ganz kurz, komm mal auf die Map. Siehst du die Mitte, wenn du einem drückst? Ein Moment. Lass dir Zeit. Wir haben ja keine Zeit, ne? Egal. Und rechts rüber. Einfach Wash-S für Wash-Stefan. Wash-B. Wir sind jetzt direkt hier bei diesem Scheiß... Das hört sich... Also entweder ist es ein Diegel oder ist es ein richtiger Shotgun. Ach, okay. Ich verwechsel die Tasten. Dima, ich komme! Dima! Nein, Dima! Ja, das bringt nichts, Alter. Du bist Ballast. Nein, nein, ich habe mich nachgeladen. Ich auch fach. Hat den getroffen? Nein, oh fuck. Ich bin ja voll scheiße. Was für eine Überraschung. Halt's hier in Schach. Ich bebelebe wieder. Gebt Feuerdeckung, Junge! Ach, der ist da oben nur vom Kopf zu sehen, ey. Oh, so ein Penner. Der ist da in der Ballastrade und guckt da voll rüber, ey. Ey, wieso hat es nicht die Gurke, Stefan? Okay. Ach, ach so. Ja, Diegel. Ha! Jawoll! Hat gerade noch so aufgesammelt. Ey, diese Backgroundmusik ist ja so... Menü-mäßig. So, irgendwie... Also, ich weiß nicht, wo ich die Granate hingeworfen habe, aber sie hat leider nicht viel gebracht. Aber die waren so alle auf dem Haufen. Kaufen wir eine Blendgranate. So. Ja, stimmt. Shotgun und Blendi, ja. So, und M4. So, M4 brauche ich. Ich werde die Kammer da, aber auch taktischer wäre gut. Oh, eine gute Beste. Let's go. Äh, Rush-Spiel, äh, Rush-Spiel! Rush-A! Ja, ja, schieß ruhig, ne? Du Arschloch. Einer down. Schlepp, Blend. Einer down. Weiß, wer ist da links, da, ne? Ich komme zu dir. Ja, ich komme auch. Alter, der hat mich noch. Dima, pass auf dich auf! Pass auf dich auf, Dima! Meine Güte. Fall doch nicht immer so dumm. Oh, der hat Rüstung, geil. So, jetzt brauchte ich nicht einmal Rüstung kaufen. Ach, ehrenlos. Geil. Diese verschwitzte Weste. Ja, Mann. So. Ich brauche auf jeden Fall ein paar Verbände, das wäre eine gute Sache. Ich kaufe ein Benzinkarnister, weil ich Swag habe. Lass mal eine Falle stellen oder so. Ohne Fahnen, let's go. Aber hier ist so eine Karre, weiß ich nicht, ob das Worth ist. Wie viel Geld habe ich? Macht die nur One-Shot, wenn du eine Head triffst? Achso, ja. Rüstung, Splittergranate, Blankgranate. Tja, ich hebe meinen Rest nochmal auf, ne? Ich mache bei B eine Bremsspur hin. Perfekt. Und dann warte ich ehrenlos. Nein, oh mein Gott. Jetzt hat er das ausgelöst. So wasted. Danke, Dude. Steht auch nicht in dem Benzin, du Idiot. Meine Fresse, ey. Da hinten ist einer. Ah, Gegner von innen. Ah, nee, das bist du. Junge. Ich habe das Tag nicht gesehen. Die kommen jetzt gleich von hinten, ne? Ohne Scheiß. Hörst du die ballern? Danke, Dima. Sony ist gesetzt. Schau mal, guck du doch hier hin. So und es bei A, nicht alle zu B rennen müssen, A-Verteidiger. Die Gegner waren hier auf der Seite, deswegen. Ich glaube, cover du hinter uns. Oh, hinter uns, bei A, bei A. Schön. Sparsam. Nein. Kann man sich gemütlich haben? Ja, ne? Ich habe kein Damage bekommen gerade von Dima. Ah, okay. Ich habe jetzt genau 10.000. Das ist eine andere Sache. Ich habe jetzt genau 10.000. Ist das ein Max oder? Also muss ich jetzt was kaufen, um noch was zu kriegen? Ich finde es doch heraus. Kann mir jemand von euch 100 geben? Wie geht man nochmal? Das ist links in der Leiste beim Kaufen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Okay, gut. Dann kann ich nicht. Dann mache ich jetzt eine AWM-Runde. Dann ist das jetzt in play. Benzin-Kanister gekauft. Wichtigste Sache immer dabei. So. Ich gehe rechts rum. Immer ein bisschen Geld geben. Also eine komische Mission. Dima, willst du ein bisschen trinken? Ja. 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 Stefan. Jetzt nicht da reinlaufen. Das ist gefährlich. Das ist eine Stellung. Stefan, kommst du hier mit oder so? Ja. Und im Momento. Ich bin hier mit Shotgun. Ich bin hinter dir. Geh zurück, zurück. Hier hinten durch im Gang. Lang. Oh Gott. Vicky. Jawoll. Double Gang. Hier hinten. Hier hinten. Hier hinten brauchen Hilfe. Ja, es kommt. Fuck, die sind hier super close. Push, push, push. Ich hab... Fuck, durch... Ah! Nein, du... Failed, ah! Fuck. Hier nicht. Man macht da gerade Action. Ey, Junge. Wie viel Leben möchtest du tanken? Einfach hier. Jetzt kommen die. Wo bleiben die? Wo bleiben die? Die haben geplantet. Oder nicht wir haben geplantet. Stimmt, wir sind ja auch hier. Da werden die aber dahin rennen jetzt. Stefan hat bei mir so'n Geld-Symbol. Ja, ich hab irgendwas aus Versehen gepinkt. Nicht drauf achten. Ihr sollt sparsam sein, Leute. Hast du die Sniper da hinten hinter dir lufen? Wer war das? War das ein Homie? Ich. Ich. Schreien wir bei der Bombe oder gewinnen wir? Nee, ist keine Bombe. Das ist eine blaue Zone. Das ist so ein Gerät, was entscheidend ist, oder was? Ja, das macht blaue Zone, ja. Dann wird es nicht mehr aufgehalten, wahrscheinlich. Man ziehen kann das, da bringt gar nichts, Alter. Glend, Splitter, noch ne Rauch, why not? Bänder, ach komm mal, zwei reichen noch. Jetzt krieg ich aber meine 6-Fach nicht wieder, oder was? Wieso keine MK-47, Mann? Ich weiß nicht, ja. Ich hatte nen 6-Fach. Wo ist mein 6-Fach hin? Ich hab jetzt nur noch... Das wurde mir aus dem Vital einfach gelöst. Okay, im 90, let's go. Da hab ich Bock drauf. Dann geh ich jetzt links. Ich rushe ganz leise B. B ist zu behindert. Gang. I need somebody help. Nah dran, oder? Nö. Nah, oh, da hat er mich vorher gesehen. Oh mein Gott, ich bin übel low. Fuck. Nee, da konnte ich nicht mal schießen, da hat er mich schon gemacht. Uff, Alter. Kommt schon rum, der kommt rum. Ich bin, glaub ich, dead. Schön. Free fire, rocks. Kannst du das zweiter Koppeln ein? Penalty. Nein, da kommt noch einer. Ey, wieso finischt der? Mann, Schwein. Eine schöne, teure Waffe. Haltet durch, Leute. Dich hab ich. Die sind alle tot. Das Junge ist ja gesprungen. Na, alle tot. Wow, okay. Okay, ich brauch neue Rüstung, weil die komplett ein Arsch ist. Und sich hier nicht automatisch repariert. Geil, das was? Ach, die Penalty ist dann weg? Wenn du stirbst, ist sie weg. Ja, wenn du stirbst, ist alles weg. Wenn du noch kriegst, ist sie noch da. Ah, ich verstehe das Spiel. Das heißt, wenn du Gegner finisht. Ich kaufe mir jetzt auch noch eine Panne. Okay. So, Shotgun. Shotgun, gang. Das muss sein, Digger. Shotgun, gang. Ich hab so viel Geld, ich muss jetzt mal ein bisschen mit Granaten arbeiten, ey. Sonst macht das alles keinen Sinn mehr. Ich find's auch dumm, dass ich mein Sechsfach nicht wiederkriege. Das spawns bei der AWM mit einem Sechsfach. Und dann hab ich's geändert zu einem Rotpunkt. Und jetzt ist's weg. Die magie nicht so alleine. Ah, Headshot. Da ganz hinten ist einer Headshot. Aber ihr seid nicht bei mir. Sehr gut. Boah, Junge. Da oben ist er. Mensch. So. Den killst du. Alter. Alles gut. Shotgun. Shotgun. Die Fans. Oh, jetzt sind wir die andere Seite. Aber wir haben ja schon ziemlich viele Runden gewonnen. Alle nämlich. Wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir gewonnen, glaub ich. Was kauf ich denn? Ah, jetzt sind wir wieder komplett neu, ne? Ich bin schon eine abgesägte Schrotflinte. Shotgun. Ah, nee. Die Muni verschwende ich nicht. Ich mach's wieder wie die erste Runde. Ich kauf mir nur eine Spielergranate. Digga, was? Ja, ich geh jetzt in die Mitte und mach sie alle weg da in den kleinen Dingen. Pass mal auf. Ja, hast ja noch P92, glaub ich, heißt die. Ja, ja. Ich hab ne Waffe. Ich hab ne Waffe, Leute. Ich bin nicht komplett useless. Da ist einfach niemand. Hier ist niemand. Ja, die sind bei A. Hier ist niemand. Ich bin dann einfach komplett von ganz... Ey, Mann. Was denn? So. Hä? Hä? Sind die alle geliebt? Da ist alle geliebt, da waren zwei Leute. Nee, Leute. Oh, geil. Oh, geile Musik am Ende, Digga. Oh, ich bin komm. Aber ihr habt so episch gewonnen. Irgendwie so auseinandergefickt. Ja, Mann. Richtig aus, Leute. Wee. Okay. Ich bin nicht einmal gestorben, Alter. 11-0. Das ist meine KD hier. Ja, weil wir dich heilen, du Nacken. Ja, sorry. Ja, sorry. Digga. Digga, Digga. Oh, zwei Tickets. Ah. Schön, 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 schön. Ach, das ist Neustell. Als ob ich da 1500 Punkte mache. Verpisst dich. Ja, das war noch eine schöne Runde. Hat doch Bock gemacht. Kann man doch noch mal eine Runde machen, oder? In der nächsten Folge? Na, sicher doch. Bis dann. Vigi, like das scheiß Video. Like das Video und abonniert mal rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.